Ja, willkommen zurück zu SMW CP2, ein SMW-Hack von SMW Central. So, ich schätze mal, das wird eventuell vielleicht der finale Boss sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt in Norweg Industries und, ja, ich schätze mal, da wird jetzt irgendwas auf uns warten, was auch damit zu tun hat, besonders. Vielleicht wieder ein Y-D-Boss oder... Was ist my story here? Oh Gott, think you have me con... was? Connerd, do you? Hehe, I have fallen right into my trap. You have fallen right into my trap. Ja, aber wer ist das? Ist es der Chef? Oh Gott, was? Don't you know that you should never underestimate... Was? Entrepreneur? Hahaha. Oh Gott, was macht der? What? Okay. Oh, wie mies. Wie soll ich denn so schnell machen? Oh, das ist jetzt wieder richtiger Schrott hier. Oh, so, tut mir leid, aber... Hä, kann ich die nicht damit treffen, mit der Bombe? Oh, das ist ja richtig übel! Dagegen ist ja jeder Kaiser-Boss ja, äh, äh, lachen nochmal. Achso, jetzt ist das weg, jetzt kann ich einfach draufschwingen, oder was? Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho Achso, jetzt... Achso, da beginnt er die Arena hier dann. Okay. Ja, die Musik! Oh Gott, was kann ich jetzt? Okay. Kann ich hier doch abschießen. Toll. Danke, dass ich das nicht testen durfte. What? Wie der aushält. Okay. Ich will doch mal gucken, ob ich abschießen kann, Waren. Oh, jetzt macht er schon hier. Oh Gott, ich will mir das die ganze Zeit machen. Dann schließe ich die eben ab hier. Ich hoffe ja, das bringt was. Mal gucken, ob das überhaupt was bringt. Weil er blinkt ja schon, wenn ich ihn treffe, ne? Oh, geschafft. No, my empire! Dann war es doch der letzte Boss. Weil er hat... Das ist der einzige Boss bisher, der Story hat. gewissermaßen... Das geht aber noch weiter hier, wa? Okay, also ich habe jetzt hier... ...wohl den Chef von... ...Norweg Industries besiegt. Sah auch so aus wie so ein Geschäftsmann, so... ...mit dem Anzug gekleidet und alles. Das war wohl die Chefetage da, bei dem hier. Und, äh... Ja, ich habe ihn wahrscheinlich in ein Muster gebracht. Weil er hat nur immer denselben Kram da gemacht. Habt ihr ja immer gesehen, ne? Okay! Ja, gut, war jetzt nicht so schwer, wie ich es... ...dachte. Aber okay, warte mal. Jo, wieso ist der unten? Das ist wahrscheinlich der Weg. Ja, wenn man hier... ...wieder zurück möchte, ne? Okay, ja, dann wollen wir mal gucken. Aber es geht hier irgendwie noch weiter. Äh, was erwartet mich denn jetzt hier? Hä? Ach, ich habe mich schon gewundert, wofür... ...es mit hier am Strand, in dieser Strandwelt hier... ...habe mich schon gewundert, wofür diese eine Röhre ist... ...und was das hier für ein Haufen ist. Ah, jetzt komme ich dahin! Interessant! Asteroid Antics. Es geht noch weiter! Was zum Geier? Es geht noch weiter hier! Was? Oh, das... Ich habe... Nein, warte, gescheuert, oder was hier? Das sieht so... Es sah jetzt nicht so aus, als ob man nur durch kann. Aber hier gibt es auch SMW-Coin zu finden hier. Das heißt also, die SMW-Coin-Suche ist auch noch nicht vorbei. Oh mein Gott, das kann ja noch was werden und das... Oh. Ich mir so vorstelle, wie... ...hardcore die... ...ohne Feder... ...ah, ein bisschen Anlauf müsste ich da... Spring, du Vollidiot! Aber du... Ach, das haben die auch... ...wieso springt der denn nicht? Ich drücke doch... Ach, nee, der ist nix. Kann der jetzt nicht in die Röhre reingehen? Mann, Leute. Oh, ist das gut. Was ist denn jetzt für eine Scheiße hier wieder? Ich finde es so dumm, dass man die nicht besiegen kann, diese Drecks... Ach doch, man muss sie nur mehrfach treffen. Okay. Oh ja. Ja, ach, wieder so ein... Ah ja, natürlich. Wieder so einen Affen, den man nicht treffen kann, weil er da geschützt ist. Das ist doch scheiße. Hä? Wir sind wohl kurz grün hier. Was ist denn das jetzt hier? Ist das noch so eine Art finales Level noch? Also so extra finale, oder was ist das jetzt? So ein... Ja. Wie gesagt, so ein extra finales Level noch. Aber hier muss man auch SMWC-Coin finden. So scheint. Puh, weg, du Mistvieh! Das ist furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Warum muss man die so häufig treffen, diese Scheiße? Aber es ist auf jeden Fall einfacher als... Äh... Was? Oh, du mach... Schieß den doch ab, du vollen Idiot! Erstmal... Oh, ich muss erst mal 50 Jahre... Erstmal... Ich hasse die Flugmechanik in den SMW. Ich kann da auch nicht immer hin hier. Das ist... Das ist ein Scheiß. Bestimmte SMWC-Coin da oben. Boah, springt er nicht? Eben konnte er doch auch... Hört er doch auf? Das ist eine dumme Stelle! Da kommt man doch nicht hin! Was ist das denn da unten? Was? Doc's Notes. Project Fluxus. Early... Today we discovered an interdimensional rift beneath the oasis. Ja, das habe ich doch... Da bin ich doch jetzt gerade hier. That sure beats an analyzing fast simple air. Ach, labern wir auch nicht voll hier. Also nicht... Ihr erwartet hier wieder mal einen, ähm... Shell Jump. Ja, so garantiert nicht. Warum macht ihr den nach oben? Ich habe doch... Ich drücke doch überhaupt kein bisschen nach oben. So, mach es überhaupt... So, machen hier. Ne, ich glaube... Ah, warte, da war ich ein bisschen zu. Da kommt er durcheinander mit denen. Wahrscheinlich hier, warte mal. Ich gucke mal, ob ich die... Ob ich hier irgendwie vielleicht was aktivieren kann, wenn ich jetzt hier so... Da geht es doch oben, ne? Ja, weil ich will ja ja auch... Kann man nicht irgendwie... Ja, so. Sehr gut. Das ist nicht euer perfekter Ernst, ey. Sag mal, welche Range hat er denn da? Das gibt's doch nicht. Der kann nämlich über so weite Strecken treffen, dieses Scheißgesicht. Ja, wie soll ich denn dem ausweichen? Ja. Ich habe gedacht, dass hier eine SMW-C-Kon ist. Und das ist... Dafür da um... Warte mal. Kann ich das hier irgendwie... Ah, das geht auch nicht, ne? Aber ich glaube nicht, dass da so dicht hintereinander jetzt zwei SMW-C-Kons sind. Wirklich einfach ins Kni-Loot-Scheiße. Du Abfall, einfach nur. Ich springte ja mal wieder nicht, ey. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur ein Debakel jetzt hier. Es war auch ein Blindschirm da eben. So. Oh, ständig diese scheiß... ...schießwürdigen Kackviecher. Kannst du ja nicht ausdenken, was für ein Kack das ist mit diesen Müllviechern. Das ist einfach nur ein Nerv. Das macht mich aggressiv, dieser Schrott. Mach den doch fertig, du Schlitt. Scheiß-Kombas hier. Was haben die überhaupt jetzt zu suchen? Nichts. Dreck-Ficht da so. Jetzt kann ich hier endlich mal hier mal hin und mal gucken, ob hier irgendwas zu finden ist. Ach, drei Münzen, auch... Wow, das hat sich auf sowas von gelohnt, da hinzugehen. Not. Schon wieder so eine scheiß Notiz hier. Oh, leck mich doch einmal diesen Scheiß-Kack-Informationen dann. So. Gehst du da mal wo rein? Oh, ne. Jetzt zerforgt mich das Gift bestimmt gleich, wa? Oder ist es... Ach so, das... Warte mal. Oh, hier mit euren... ...kleinen Räumen da, die... ...letztendlich überhaupt nichts bringen, weil da nur ein paar Münzen sind. Das ist... Das ist... Das ist... Echt... Aber gut. Jetzt weiß ich wenigstens, wo die... ...nächste ersten Witz-Coin ist. Mann! Mann, du schießt doch die Kack-Dinger da! Gut, die Feder bewahre ich mir auf. Das sieht mir nicht gerade so gut... ...machbar... Ja, Blind Jump. Blind Jump! Hallo! Hä? Jetzt wieder woanders? Oder was ist das denn so? Kack! Ja! Joke! Gut, dass der gerade da angeflogen kam. Oh Gott. Ja. Alles klar. Was nervt der denn jetzt da rum? Das ist mies. Die Stelle ist unfair einfach nur. Da kann man nichts machen. Ja, ich kann auch noch nicht mal... Ja, schön, wie man da ausweichen kann. Oder... ...ausharren kann. Wolltest du... Ich wollte ja da ausharren. Gebt mir das auf den Keks! Das ist doch schlecht gemacht! Meine Güte, was für ein Kack-Level-Design! Ja, die verschwindet nicht da drin, oder was? Die werden die auch nicht mit haben hier jetzt. Wie sind die jetzt röhren? Oh, wieder mehrere Wege. Ja. Die bewahre ich mir auch auf. Hallo! Ich werde aufbewahren hier! So. Oh Mann, was für ein Drecks-Level, ey. Wie soll man das denn ab-timen? Wenn denn das jetzt wieder so ein scheiß Ballet-Bilde... Oh, ist das ein Kack. Nun mach doch schneller, da war auch wieder ab- Oh, das ist das schlechteste Level-Design ever! Oh Mann! Hm, wer ahnt denn das dir auch so weit runter? Oh. Oh, nee. Ich weiß, wo ich das verbrauche. Jetzt darf man nicht auf ihn drauf, weil man sonst... Oh, ja! Ist wunderbar! Dass er jetzt so ein Kackvieh kommt! Hau ab, du Dreckskuben! Bei dir fehlt doch niemand! So. Nee. Nein, nein, nein! Wieso? So. Ich hoffe ja nicht, dass ich irgendwie den P-Switch noch brauche. Ich muss da doch schnell sein. Ihr habt doch nicht mal... ...eine Lappen am Zorn, ganz ehrlich. Ich will gar nicht wissen, was da drauf steht. So schnell kann man doch gar nicht sein. Weil man muss ja hier auch irgendwie mal ausweichen und sowas, ne? Nee, das ist aber verwächerlich designt. Nee, ich komm da... Ich muss... Ich muss schnell sein! Das auch noch? Bei diesem Level-Design? Wo ist die P-Switch? Wo hab ich die P-Switch noch? Das kann man doch gar nicht so schnell schaffen hier. Was? Wofür ist denn das jetzt hier? Einfach nur... Moment mal. Moment mal. Wenn ich hier jetzt wieder rausgehe... Ich brauchte doch nicht schnell sein? Oder wie darf ich das jetzt interpretieren hier? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier schnell sein muss. Aber man kann da gar nicht schnell sein, weil... Vor allem, ihr seht ja erstmal, er besiegt sich so bescheuert wie... Moment, Moment. Das kann doch... Weg dich doch nicht immer dahin, du... So. Okay. Schon mal bin ich hierher gekommen. So. Was steht denn hier? Hm. There's definitely some force guiding the flux... Imposing, äh, concrete. If still fluid shape on the flow. Now imagine if we could find a way to control this guiding force. Ich will mal kurz... Immer noch was anderes. Ich will mal kurz auschecken. Warum man hier auch noch entlang kann. Was ist denn da hinten? Oh. Wieso muss das Level-Design so schlecht sein? Ich verstehe es eigentlich. Junge. Achso. Okay. Aber ich habe es jetzt mit Geschwindigkeit hierher geschafft. Sag mal, wie dumm ist das Design? Sag mal, er muss doch da... Ja, man wird ständig getroffen von diesem Scheißer. Oh, und der... Warum ist der Goomba da? Das reicht doch, dass diese Scheiß... Oh, du, du, du... Kack. Fick, hat er rumnervt. Na ja, wir... Ja, die Hitbox hat sich wieder bis zum Maus ausgedehnt hier. Hier geht er wieder hoch. Was ist jetzt? So. Was ist da? Warte mal, was ist da? Mal gucken. Was man hier bekommt. Stuhlfeder, ne? Nee. Ja, ich habe deswegen Safe gemacht, falls eine Blume... Äh, dann... Ich kann hier nicht durch... Moment, wie soll man das denn machen? Von wenn jetzt dieser Scheiß da wiederkommt? Okay, man muss hier einfach nur schnell sein. Ach, komm! Oh, nervt doch nicht rum, ihr Scheiß, Mistfiecher. Mann, die ganze Zeit über diese verdammten Dreckskoopas. Ich habe... Das ist einfach nur zum Kotzen. Wie soll man denn da was machen? Ja, genau, jetzt erst. Checkpoint. Ist klar. Aber was ist... Steht der da wieder drauf auf dem Zettel da? Meine Güte, das nervt einem eh nicht. Woha! Prim... Was? Prim... Kannst du nicht vernünftiges Englisch schreiben, du Pisser! Prim... Preliminary efforts to influence the force guiding the flux were a huge success. Refine this technology and we could do quite literally anything we can dream of. Jetzt kommt plötzlich irgendwie Story über diesen Asteroiden hier. Man weiß immer noch nicht, warum Mario überhaupt losgegangen ist. Er hatte keine Motivation... Eigentlich keine Motivation gehabt. Da stand nicht irgendwie, ja... Die Norwek Industries macht hier jetzt irgendwie Unsinn und du musst das verhindern. Oder Mario möchte es verhindern. Das ist ja wieder... Der hält schlecht in dir. Das stand... Das, äh... Ja... Man... Ich meine, das hätten wir auch wenigstens sagen können hier. Ja? Du musst die Norwek Industries aufhalten. Das hätte doch als Story gereicht. Aber nein, man hat hier keinen Grund loszugehen eigentlich. Boah... Also... Jetzt reicht's mir damit, ich bin dem Scheißviechern. So... Oh, ja... Genau. Spring daneben. Oh, scheiße, ich hab... Nein, oh, Mann. Das ist so lächerlich einfach. Das ist einfach lächerliches Game Design. Das ist einfach so kacke. Es ist einfach nur das Dreck. Der Dreck der Hex. Ganz ehrlich. Das kann man doch noch niemals im Leben schaffen. Jedenfalls wurde das nicht auf Node getestet. Das merkt man. Ich will die Node-Hit-Strategie... Ich will wissen... Ob man das Node schaffen kann. Und das kann ich ja nur, indem ich das hier ausprobiere. Aber im Moment sehe ich da kein... Sehe ich das nicht, dass man das Node schaffen kann. Man kann ja auch nicht mal den Bildschirm scrollen. Scrollen. Oh, dieser Scheiß... Pudu-Pudu-Kackviecher. Warum habt ihr das Vampir? Oh, diese... Die kommen wieder. Die respawnen. Okay. Da... Da kann man es auch nicht... Äh... Man kann die Stelle niemals dort schaffen. Gut, wenn man hier unten... Aber kann man hier unten überhaupt ausharren? Man ist doch verloren hier unten, oder nicht? Da kommen wir doch niemals hoch. Und falls ja... Dann baut das doch nicht so hoch. Ja, das ist so lächerlich. Tut mir leid, das ist einfach nur Dreck. Wenn man bedenkt, dass die Admins das gemacht haben hier, ne? Von S&P Central. Kannst du... Das... Das kannst du... Dann weißt du ja schon. Das ist eigentlich Anti-Werbung für die. Weil so... So... Warte mal. Low-Hit? Irgendwie... Nee. Weil man trifft ja auch da oben. Hä, wie soll man das denn... Hä, wie ist das gedacht? Naja, warte mal. Oh, das war aber jetzt übelst Kai so... Äh... Nike hier. Also wirklich... Oh, nicht schon wieder... Ich... Halt doch die Klappe bei dem Scheiß da. Interessiert mich kein bisschen was für eine... Dreckige... So, jetzt hab ich das gelesen. Was geh ich da nicht nochmal hin? Weil... So... Wieder in... Oh... Hier hat doch echt die Räder. Das kannst du doch... Oh, das ist Kai so... Im schlimm... Auf... Auf schlimmstem Niveau. Ja, zwei Wege. Oh nein. Weiß man nicht, wo wieder der richtige ist. Aber weil es da durch eine Röhre geht, kann ich mir vorstellen, dass man da zu... ... zur SMWC kommt, die noch fehlt. Ne, jetzt ist hier wieder diese Musik hier. Moment. Hä? Ich will nur... Okay. Dann weiß ich... Ich muss da hoch. Das Level in diesem Part noch schaffen werden. Dann geht der Part ein bisschen länger, ausnahmsweise mal. So. Alles klar. So, die SMWC-Kons hab ich hier schon mal. Äh... Blind Jump. Das war ein Blind Jump. Kann ich nix machen. Äh... Ja, ist die Frage. Ist das hier der bessere Weg? Ich musste hier... Oh, wow. Oh, ja. 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 Mann. So. Oh. Oh, wie mies. Und das ist ja noch so ein scheiß Cooper. Oh, ne? Einer... Einer Block. Dingens hier. Oh. Oh, ist das übel hier. Oh, wieder so ein Kack hier. So, I convinced the boss to leave a skeleton crew there to work on our device, led by our master dreamer himself. If anyone can feel at home in a place like that, it is him. Warte mal. Nee. Das ist doch ein... Ach so. Okay. Jetzt hab ich's gefunden und... Ha. Das geht doch noch weiter, wie es so scheint, wenn er so ein Pfeil noch hinzeigt. Oder hab ich jetzt endlich durch? Okay. Ja, und... Ach so, ich hab jetzt... Ich muss jetzt wohl wieder ins Anfangsgebiet zurück, wa? Und dann kann ich die, äh, Special World freischalten, oder wie ist das? Das werde ich alles im kommenden Part, äh, herausfinden. Ich werde jetzt hier erstmal... Genau, einfach... Ähm, machen wir auf der Röhre, damit ich weiß, ähm... Ich beende ja auch jetzt die Session. Ja, äh, ich scheine es irgendwie durchgespielt zu haben, weil es ist jetzt irgendwie was Neues dazu gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas zu machen ist. Ich werde auf jeden Fall nachschauen, wenn dann noch was zu machen ist. Und, ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wie es wohl scheint. Weil ich glaube nicht, dass es schon zu Ende ist. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.